Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zum wahrscheinlich letzten Part von Slendert The Arrival. Ja, ähm, ich hab jetzt das eine nochmal gespielt, weil wir hatten ja im letzten Part das Homestead. Und ja, dann sind wir wieder hierher gekommen. Dann war das hier schon wieder da, dann musste ich das nochmal spielen. So, aber jetzt haben wir's geschafft. Und wir können jetzt hier weiter. Jetzt müssen wir hier noch Zettel 12 finden und Zettel Stern, glaub ich mal. Ach da. So, wir sind von irgendwo da unten gekommen und der Turm, der ist da oben. Wir haben ihn bald erreicht. Ja, ja, ja. Die 12. The house had to go. I can't save me anymore. Ja. So. Hier wissen viele nicht, wo es lang geht. Das weiß ich auch immer wieder mal nicht, aber Muss ich hier hoch? Ich muss doch gar nicht hier hoch, oder? Ich muss hier irgendwo runter. Da. So, Taschenlampe bitte an. Sehr schön. Geht von alleine an. Das ist klar, wir haben hier die 13. Meet me by the street in an hour. In one hour. Hour, meine ich. Ja, das werde ich wohl nicht mehr tun. Ich hab, ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch ein Haus hab. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. It's so, it's simple. Das würde ich auch sagen. Wir spielen hier auf normal. I'm so sorry. I'm so sorry for everything. Das ist mir egal. ist alles dieses länderschrift das kate geschrieben schon an zu brennen war oder wird so rot sieht er das nicht doch es wird rot ich glaube es gibt einen erfolg in den zwei jahren gibt es nicht sehr schön muss ich eigentlich hin wo ist der turm ist das der turm ja das ist der turm da sind so ein komisches signal sendet er aus Au, au, au! Wo, wo, wo? Slendy! Ah! Lauf einfach durch! Komm, lass genug leben! Da muss ich lang... Moment mal, hier sind überall Bäume! Hier durch! Bäume! Baum, Baum, Baum! Oh nein! Wo geht's denn da? Da! Was sendet der da oben aus? Slender, Strahlen... Wir sind... da! IPWS... Der Dings, Dings... Irgendwas... Wildfire... Meine Taschenlampe geht gleich aus! Das ist nicht gut... Oh! Anki! Muss ich jetzt etwa rennen? Jetzt muss ich rennen! Nein! Oh nein! Oh nein! Hä? Wir sind gestorben? I give up! Ne! Hä? Was hat uns da angesprungen? Aber ich glaub das war... Charlie! Also ich sag zu dem Charlie... Dieses komische... Kellervieh! Das im letzten Part im Keller war... Hä? Achso! Slendie! So, sammle das Ding ein... Hol den Key... Ach, jetzt liegt er da! Oh-oh! 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 I failed you! Wer bist du denn? Ich hab ihn! Alter... Abern in Ordn aus? Oh-oh! Ich habe ihn von euch s害. So nenhumarto um scharf... 摩 ihn doch ganz mit stresseder influence. So 10,3-iqueig. Loachen und den Kopf齣ers. Es okay? Wow! Wie Bir headphones... Ja, der wurde wohl verbrannt. Und jemand hat das noch aufgezeichnet. Ach so, ich glaube, das war unser Vorgänger. Der hat ja auch eine Kamera. Ich habe nicht, ich habe keine Kamera. Nicht wahr, Kumpel? Oh oh. Was war das denn? Ah! Upsi. Ja, Freunde. Und das war es mit dem Spiel. Oder? Irgendwie nicht. Und wer bist du denn? Ey, Charlie. 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 Darf ich mal? Irgendwie nicht. Jo, vielleicht ist es tot. Was tutst du denn? Ach, das ist ja entspannt. Hä? Ja, komm, kannst du mich... Ich bin hinter dem. Guck mal, da steht er. Guck mal her. Da steht er wieder da. Wir sollten eigentlich irgendwas lesen. Was ist denn das da? Hey, du musstest eigentlich weg sein, jetzt. Wie geht der noch was hin? Wie geht der noch was hin? Irgendwie geht der nicht mehr. Ach da. Die liegt das Fragezeichen. Jetzt ist er weg. Charlie haben wir wohl zum letzten Mal gesehen. Aber wo sind wir hier? Und wer heult hier? Äh, wer bist du denn? Äh, Moment mal. Hey. Ah, es ist nur Kate. Ich glaube, da sind wir tot. Zoom ran. Ich kann nicht anzoomen. Oh. Ja, da sind wir wohl tot. Komm schon, gib mir einen Erfolg. Ja. I'm free. Blue Isle Studios. Yeah. Und da haben wir das Spiel durchgespielt, Freunde. Slenderman by Victor Skys. Äh, was? Jetzt sehen wir sie nochmal. Genau. Sehr schön. So, Freunde. Da haben wir es durchgespielt. Doch, wenn man das Spiel durchspielt, dann haben wir hier ganz unten nochmal Genesis. Oder Genesis. Nee, nicht Minecraft Genesis, sondern ein Genesis Level. Und zwar ist das das Wald Level aus Teil 1, aus der 8 Pages. Ja. Und wenn man das schafft, dann... Keine Ahnung. Aber... Wir sehen... Wir sind hier. Und den Turm sieht man auch irgendwo. So, ja. Und wir versuchen das Gleiche... Ja, ich wollte gerade sagen, wir versuchen das Gleiche, wie in Part 2. Wir bleiben auf dem Weg, aber hier ist ja nicht mal ein Weg. Da hinten ist der Turm, da hat man ihn kurz gesehen. Ach, da. Ich bin da auch vorbeigelaufen. Ähm... Always watches. No worries. Wir haben da hinten... hier scheint mir nichts zu sein. Gehen wir zum Auto. Da hinten haben wir... Ah, das Haus. Wir haben hier nichts. Und hier am Klo, oder was das da schon sein soll? Da haben wir was. Das ist... No, 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 no. Oh, no, 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 no. Lieber Slenderman, was gucken Sie so? Lieber Slender, ich darf doch bitten. Stalken Sie mich nicht. Ich bin ja nur ein normaler Mensch. Slenderman im Wald. Slendy? Ach, der ist ja weit weg. Ach, der ist ja weit weg. Ach, jetzt ist er aber nah. Das ist wie meine Katze. Wenn ich nicht hinschaue, dann kommt sie immer näher. Was ist das denn da hinten? Was war das da gerade? Alles ist das Haus. Ach, da hinten steht er. Jetzt steht er da. Er kann sich auch noch verdoppeln. Dann läuft noch irgendwie in die Arme. Guck, da hinten steht er. Alles klar. Hä? Ich dachte gerade, der steht jetzt hier. Aber das ist nur der Eingang. Ja, ja, Slendy. Ich gehe ja nur kurz hier rein. Nix. Slendy. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Slendymann. Was machst du dann? So. Slendy kann doch hoffentlich nicht hier rein. Oder etwa doch. Ich dachte gerade, der kommt da. Dopp, di, dopp, di, dopp, di, dopp. Kala. Warum ist hier nichts? Da muss aber am Rohr was sein. Aber da waren wir schon. Da war ich auch schon. Von wo bin ich schon gekommen? Von hier? Ne, hier war ich auch nicht. Hier war der umgeschmissene Stuhl. Komm, hier muss was sein. Hier muss nichts sein. Hier darf was sein. Hier muss was sein. Es darf nichts hier sein. Es muss hier sein. Was nennt die? Ne. Was nennt die nix? Was nennt die hier? Auch nix. Da. Vielleicht hier noch was? Ne. Ne. Can't run. Can't run. Vier. Yay. Da hinten haben wir... Was ist das denn? Ach, die Säulen. Stimmt, die sind ja eigentlich... Ach, ne. Ah, ja, ja. Das ist Lenny. Ach, da sind die Säulen. Ich dachte da hinten, aber das ist da hinten mal die Wand. Also die... Diese Mauer da. Da ist was. Ah, ja, ja. Follows. Ich muss da hin. Wo Slendie steht. Da ist eine Seite. Ich denke ja nicht, dass da... Jetzt steht er da schon. Help me. Slendie. Ah, je. Steht er da? Slendie. Slendie. Ah, jetzt steht er da hinten. Ja, komm, mach mal. Ach, da, die Steine. Da sehe ich auch schon eins. Oder? Ist das eins? Ne. Ist keins, oder? Doch, das ist eins. Und zwar das da. Ich kann da gar nicht... Oh, äh, äh. Noch eine fehlt. Noch eine. Slendie. Wo ist denn die? Die muss entweder im Haus sein oder am Rohr. Komm, Slendie, jetzt tauchbar mal auf. Genau vor mir. Am Turm da hinten. Da ist bestimmt eine. Ah. Ah. Ich kann nicht mal rennen, Slendie. Also lass mich... Bitte in Ruhe. Okay, ich renne jetzt. Ich renne nicht. Ich renne da hin. Ai, ai, ai. Ich renne da hin. Hier ist weg. Ai, ai, ai. Da ist Slendie. Slendie. Ich geh trotzdem... Nein. Ah. Vielleicht auch nicht. Er ist weg. Da. Da muss ich hin. Da war ich noch nicht. Nein. Aber da ist auch Slendie. Ai, ai, ai. Ah. Nein. Slendie, komm. Da. Nein, da ist er nicht. Slendie, komm. Hier ist nichts. Ich glaub das nicht. Komm schon, wo ist hier eine Seite? Irgendwo. Aber nicht irgendwo am Baum, bitte. Aber Slendie ist da so oft aufgetaucht. Warum? Der steht falsch rum. Was ist das denn? Das ist ein anderes, oder? Ne, das ist... Vielleicht sollte ich mal weniger rennen und in die andere Richtung lieber normal gehen. Slendie! Ich muss Kraft sparen und dann an Slendie vorbeilaufen. Slendie guckt! Genau hinter mir! Slendie guckt nicht. Slendie ist nicht da. Da hinten, was ist das denn? Das ist auch was. Ai, ai, ai. Was ist das? Da ist was, aber... Das ist das Haus. Ist das der große Baum? Das ist der große... Slendie. Da war ich schon, ne. Auf Slendie. Ich hab grad teleportieren gehört. Das hört man ja richtig. Da hinten ist überall Zaun. Deshalb geh ich da mal nicht... Ich geh da hin. Soll ich mal wieder ins Haus gehen? Slendie, ich seh dich. Ich seh dich jetzt auch. Ich, ich... Du brauchst mir keine Aufmerksamkeit zu schenken. Ich seh dich schon. Slendie, ich geh ganz kurz hier rein. Um mal da raus zu gehen. Ich geh dann halt da mal kurz da raus. Ne, dann geh ich da raus. Ist mir egal, was du sagst. Ich geh da raus. Dahinter hab ich schon was gesehen. Da. Ah, da war ich aber schon. Mir fehlt das eine Auto. Das blaue. Da ist der Baum. Den Zettel hier hab ich. Mir fehlt das blaue Auto. Blaues Auto, blaues Auto. Welche Farbe hat das Auto? Es ist blau. Ne, ist falsch. Du musst einfach sagen, welche Farbe hat das Auto. Ich schwitze schon. Sehr schön. Ein Baum, da war ich. Dieses große Silo? Ne, was ist das? Ich brauch das blaue Auto. Nicht das rote Auto, das blaue. Was ist das denn da? Da. Guckt ein Slendie. Mann. Vorbei. Das ist schon wieder das Haus. Mensch. Mensch, Mensch. Auch Slendie. Mensch, Mensch. Ich glaub ich. Eui, eui, ich bleib da nicht stehen. Was ist das denn? Ach, das ist schon wieder das Ding. Außenhaus? Ne. Ich weiß nicht, ob ich das schneiden werde für euch. Aber Freunde, ich würde sagen, finde eine Seite. Das seht ihr. Äh, ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Im Bonus-Part, wenn wir das dann schaffen. Ähm, das hier war jetzt Finale. Das andere ist dann Part Ende. Und, ähm, ja, Freunde. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wenn wir es hoffentlich schaffen. Oder auch nicht. Seid gespannt. Ich bin auch gespannt. Also, bis zum nächsten Mal. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.